ich höre es knurren es macht mir angst das ist giga ja schön für giga ich habe schon wieder kein holz nie toll das da rein ich komme gleich aber nicht so laut so eigentlich mal holen aber soll das jetzt auch da endlich was essen ja auch nicht das richtige ist ja auch nein aber von klein oder mit uns richtig verstehen eine packung für jeden nicht du von denen weiß ich nicht wie viele sind 60 stück oder so oder 40 nicht dass du da 39 frisst und nicht nur ein ja wie mit der cola es wird aufgeteilt welches level bist du jetzt weiß ich nicht ich glaube 65 oder so du machst ja auch die ganze zeit nix doch ja außer deiner eigenen tiere tötet das stimmt nicht doch deswegen haben wir auch noch keine haustiere ja was ist mit amazon ja noch im anderen häuschen drin jetzt ja jetzt gerade am auto also der kappa geht aus dem auto und schmeißt erst mal voll auf die straße so habe ich genug zement endlich mal hast du schon gesehen was für ein tier ich bin ja so ein großes scheißvieh ich habe gerade aus versehen getötet ich hoffe das nicht schlimm was hast du nicht habe ich nicht das will ich nicht für dich hoffen werden der bringt das nicht nach oben wahrscheinlich nicht nein das sind zwei pakete wahrscheinlich städte das nächste vier wahrscheinlich städte das nur da unten ab von den grünen herstellen aber ich habe genug von allem ja ich komme gleich wieder hier kann ich den grünen herstellen benötigt benzin warum kann ich nicht brauchen ein Okay. Ach so. Oh. Okay. Dann krieg ich Benzin her. Hallo. Hä? Krieg ich jetzt Benzin her? Okay. 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 Oh, blieb. Okay. Das war's. ok ja muss man natürlich wissen aus Öl und Leder Benzin machen so jetzt haben wir einen Industriegrill 7 ich habe gerade herausgefunden wie man Benzin herstellt oh was machen wir denn mit Benzin den brauchen wir für den Fabrikator und für den Industriegrill die brauchen beide Benzin Benzin machen wir aus Öl und Leder im Schmelzofen weil ich habe gerade alle Zutaten reingeworfen aber ich konnte nichts herstellen im Fabrikator und dann habe ich gerade geguckt da stand auch benötigt Benzin und da habe ich geguckt wie man Benzin herstellt das heißt du schmeißt da Benzin rein und dann kannst du den einschalten und wenn du ihn nicht mehr brauchst schaltest du ihn bitte aus jetzt teste ich mal wie schnell der ist der Läuft wir können auf alle Fälle sehr viel Fleisch in dem Grill machen weil der hat 50 Slots und es geht mega schnell der hat gerade innerhalb von 30 Sekunden zwölf Fleisch und zwölf Fisch gemacht wie geht denn der? um ganz oben nach was komm mal ja hier so und wenn der fertig ist da kannst du jetzt wir haben jetzt wir können jetzt unser ganzes rohes Fleisch reinschmeißen der ist so schnell fertig damit dass schon fast weh tut so das schmeiße ich da jetzt alles rein da können wir richtig viel mit machen brauchen wir nur Benzin so und guck mal wie schnell der einfach ist alter ich habe deine Kopfhörer wird gleich leer da musst du den Stecker ran machen das war hier noch nicht drin Karten kannst du oben noch einen Schrank hinbauen für das Benzin was ich hier gerade höher stelle ja dann schmeiße ich dann das Benzin rein weil da dann kommt alles was hier oben dann steht braucht dann unter anderem Benzin und dann können wir das hier oben nämlich lagern ich habe alles in den Schmelzofen geworfen wir müssten mal wieder Holz sammeln und das auf vorrat legen dann muss ich mal gucken was können wir noch so machen das Problem ist halt es braucht alles sehr viel Beton auch Kühlschrank wäre vielleicht gut Elektrizität dafür brauchen wir einen Generator die Elektronik der Generator braucht wahrscheinlich auch Benzin dann baue ich jetzt noch einen Generator eine große Maschine die Benzin in die Elektrizität umwandelt also wir können uns ja eigentlich nicht ewig irgendwie ein Wasser Generator wäre eigentlich ganz nett und dann bauen wir den Schrank irgendwo hin damit ich den Generator hier irgendwo hinbauen kann da hast du deinen Schrank mit einem Grund kann ich den Generator auch in die Wand bauen von der Grund aus von der Evolution oh der steht immer so schief was steht schief? der generator ein bisschen ja macht nichts so was haben wir denn noch so was ich bauen könnte gibt es auch noch irgendwas anderes vielleicht 278 Mg was willst du? ich habe immer noch 278 Mg Punkte oder freischalten? verfügbare Punkte ich gucke mal gerade ob wir auch irgendwas bauen können was uns Elektrizität schafft ohne das was braucht hier eine Windturbine jetzt habe ich hier Laternenfahr eine Windturbine wäre eigentlich besser weil dann bräuchten wir keinen Benzin für den Generator benutzen eine Windturbine habe ich auch noch nicht gesehen oder Übersee da ist der Laternenfahr ich glaube die Windturbine kommt erst noch Raketenwerfer hä? ich sehe hier nichts was nach Windturbine aussieht statt übersehen gibt es auch noch nicht nicht doof Windturbine Windturbine wir lernen also nicht die Windturbine die Windturbine die Windturbine die Windturbine wenn die windturbine richtung so da jetzt los mit strom laternenfahrkamera radio kriegskarte gps und gps war nicht nur ganz sinnvoll vielleicht ich habe gerade keine elektronik dafür an den sattel nicht finden und ich kann und ich kann die windturbine nicht finden das ist nicht klingern das ist im zaumzug gott ist und was anderes ein pfeil das im kasten ein visier ein guter bogen taucheranzug ich finde keine windturbine das ist ja komisch muss ich auch mal googeln ach das ist ein add-on das können wir gar nicht haben weil das ein dlc ist die scheiß windturbine das ist ja doof warum taucht die denn hier auf was soll das denn ausblenden das ist ja dämlich elektronik und polymer 20 40 elektronik aus silizium für mehr gucke ich gleich mal aus dem gemacht werden silizium für 20 elektronik an diesem sattel nicht finden den ich für meinen russ die tiere brauchen die leisten der vielleicht hast du dir noch gar nicht gelernt das ist ja vielleicht bist du noch gar nicht die stufe dass du den freischalten kannst dann findest du den glaube ich auch nicht ja gut erst ab 59 kommt wieder im sattel nach bist du wir brauchen mehr silizium sag mal kurz was hallo also das ist schon wieder bis zum stream nichts zu hören weil warte warte mal ja so jetzt müssen wir zu hören hallo hallo fünf polymere dafür brauchen obsidianen haben wir nicht polymere poly um 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 4 um 4 um um es geht um dein fahrrad, das wollen die motor liefern, aber ab 1 uhr und ich bin ab 1 uhr gib denen meine handynummer, dann sollen die anrufen bevor die da sind, eine halbe stunde vorher, dann komme ich eventuell früher von der arbeit ja und zement, Mist, geht auch nicht kann nichts machen, für jeden scheiß hier braucht zement, ist ja ekelhaft alle und dann, für montags hoch, ab 1 uhr, ok auf die g bitte, danke ok kommt da so, wir brauchen mich dann halt schon so an ok ja ich muss mein fahrrad liefern ja schön ja hast aber hast du aber glück dass der telefon gehört hat ja normalerweise sollte das eigentlich neben mir liegen ja es liegt ja auch neben ja was kommt nicht ganz nicht jedes nicht jeder ton kommt durch kopfhörer durch so also bist du wieder taub ja doch nein dann kriegst du montag ist ein fahrrad ja wo ich sie gerade für den terrain und am sattel braucht man ja auch die team wahrscheinlich für ab jeden nächsten sattelbrot brauchen wir das ich brauche das ja alles für zement hat noch elf stück 75 dann gehe ich meine rüstung reparieren und dann gehe ich auf erkundungstour das muss ja nein kannst du hier reinlegen für material erst mal ich habe also jetzt meine rüstung und dann würde ich gerne auch die andere seite der insel erstmal weiterlaufen ein bisschen mit erkunden das macht irgendwie gerade am besten spaß einfach irgendwo durch die gegend zu laufen naja und deswegen muss nur vor mein zeug reparieren ich entleer mich erst mal so habe ich gemacht ach Mist ich hätte mal mein schwert noch und meine armbrust auch noch ja so mein zeug ist komplett durch hey mein spär ist weg nein der liegt hier noch deine picke wo ich dachte für deine nein das war deine so jetzt aber so großer karton hashtag werbung wie viel rollen hashtag werbung hier stecken jetzt ist aber nur noch die frage im raum macht wir danach jetzt richtigen wollen weil sie nicht was kleines wir waren vielleicht so ein döner und döner teiler und wie lange wollen wir noch spielen wie lange wollen wir noch spielen aber das kann ja keine unterbrechung machen zwischendurch oder mal sagen wir mal was essen ungünstig dann muss sowas essen was so nebenbei spielen kann ja was soll das sein wie gesagt wird ja satt werden ich hoffe das stört kann dass ich gerade esse aber ich habe Hunger ich sitze seit fast sechs stunden genau nicht viel ich will mich schon so lange nur um euch zu unterhalten ähm seit wenn wir nicht lügen naja fünfeinhalb so meine achse muss ich aber mal reparieren krass krass wie schnell das geht ja ja m was braucht was braucht denn wir da um eine trinkflasche zu machen weil die hat da hat er viel besser wasser drinnen mitnehmen m m und wenn ich mache mir noch mal ein paar pfeile unterwegs machen